So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr hier reinschaut, zu einer kleinen neuen Reihe, die ich auch schon seit ein paar Jahren mittlerweile eigentlich machen will, jetzt mache ich sie endlich, und zwar gucken wir uns die Top 100 auf Board Game Geek an, und ich sage zu allen Spielen ein bisschen was, ihr seht auch mein Rating, das heißt, ich werde auch ein bisschen was dazu sagen, warum ich es so geratet habe, wie ich es eben bewertet habe, und ihr könnt natürlich gerne diskutieren, Meinungen austauschen, ich werde auch nicht alle 100 Spiele in einem Video machen, das würde definitiv zu lange dauern, es sind immer so, ja, ich denke mal so 20 pro Video, ich habe auch nicht alle gespielt, ich glaube, mir fehlen so 7 Spiele, ich bin also bei 93%, natürlich hoffe ich noch, dass ich die Lücken da auch noch schließen kann, da könnt ihr auch gerne Kommentare zu schreiben, ich bin hier mal nicht eingeloggt auf der Seite, das ist so die Hauptseite von Board Game Geek, und wenn ihr da drauf guckt, dann könnt ihr hier auf Bros gehen, dann auf Games, und dann seht ihr die aktuelle Top 100, die wird auch bei mir genauso aussehen, nur dass bei mir halt noch Ratings dabei stehen, sprich, hier ist das Geek Rating, hier ist das Average Rating, Das Average Rating ist einfach das, was alle Leute bewertet haben, also jede vergebene Note addiert und dann quasi geteilt durch die Anzahl der Stimmen, aber das ist halt nur das Durchschnittsrating, es gibt eben auch dieses Geek Rating, das sorgt eben dafür, dass Leute, die Spiele nur mit 10 bewertet werden, nicht so stark gewichtet werden, wie Leute, die ein bisschen differenzierter bewerten, oder Leute, die nur 1 und nur 10 vergeben werden, da wird eben auch anders gewichtet als bei bestimmten Spielen, und es muss auch eine bestimmte Mindestanzahl an Votings da sein, Da kommt immer so Dummy-Wertungen rein, den genauen Mechanismus dahinter kennt niemand, was da von Algorithmus hinter steht, aber der scheint auf jeden Fall sehr akkurat zu sein, und bildet natürlich, das darf man nicht vergessen, nur so einen Durchschnitt ab. Oftmals sind, wenn ihr auf ein bestimmtes Genre steht, bestimmte Spiele vielleicht viel toller, als dass es hier in den Top 100 ist, weil ihr vielleicht total auf Skirmish-Spiele steht, wo man so mit zwei Armeen gegeneinander auf dem Schlachtfeld kämpft, und das sind die Spiele, die mag der breite Mainstream nicht, deswegen sind die vielleicht in diesem Rating gar nicht so hoch, Aber wenn ihr halt mal in die Nischen guckt, findet ihr oft Spiele, die besser als natürlich mal relativ sind, als das, was ihr hier so geboten bekommt, aber auch gerade wenn ihr in einem neuen Hobby seid, dann ist eben so eine Orientierung an den Top 100, da macht man da eigentlich selten was falsch mit, und man lernt dann dadurch auch so seinen Geschmack kennen, was mag ich, was nicht, was spreche ich mir mehr an, was weniger, aber auch die Top 100 ist nicht der weiße letzter Schluss. Wenn wir jetzt hier mal gucken ins User Rating, das sind die Noten, die man vergeben kann, von 1 bis 10, und das geht bei mir auch nicht zwingend nach der Qualität eines Spiels, also auch ein Spiel, das eigentlich qualitativ, mechanisch richtig gut ist, wo man sagen könnte, wow, das ist so toll, rund designt, eng verzahnt, das ist locker eine 8 oder eine 9, würde man so vom Bauchgefühl her sagen, wenn man sich nicht anguckt, was dahinter steht. Bei mir ist das eben auch oft ein Spielreizrating, wie gerne würde ich dieses wirklich gute Spiel spielen, oder sage ich, nee, es gibt ja viele andere Spiele, die ich eher spielen würde, war jetzt so rund, und ich erkenne auch an, dass es toll ist, aber ich würde es jetzt von mir aus nicht wieder auf den Tisch bringen, dann kann es sogar sein, dass ein gutes Spiel halt irgendwie eine 4 bekommt, wo ich sage, das war jetzt nicht so gut, habe ich jetzt nicht so geflasht, würde ich halt wieder spielen, muss ich jetzt aber nicht. Und halt eine 7 ist eben auch ein gut, würde ich auf jeden Fall wieder spielen, das ist ein gutes, solides Spiel, das vielleicht nicht zum höheren Rating gereicht hat, aber trotzdem heißt es, also eine 7, wenn ein neues Spiel auf eine Bordgemeinde eine 7 bekommt, heißt es gleich, das ist ja schon fast ein Flop, aber bei mir ist eine 7 immer noch ein Spiel, das gut ist, das jetzt vielleicht nicht so mein Genre ist, das mich nicht 100% abholt, aber wo ich auf jeden Fall sage, das ist toll, das ist rund, das hat Spaß gemacht, ich kenne halt vielleicht besseres, aber tolles Spiel. Reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Das hier ist dann tatsächlich mein Rating, ich habe das ein bisschen größer gemacht, hier seht ihr jetzt mein Rating, also das Spiel, die Nummer, welches Spiel ist das mit dem Bild, hier das Rating, das ich gegeben habe, auch wann ich dieses Rating gegeben habe, hier ist dann halt das Geek Rating, das Durchschnittsrating, wie viele Leute haben das überhaupt bewertet, Hier der Status, ob ich das Spiel besitze, ehemals besessen habe, das ist aber absolut nicht aktuell, genauso wie hier die Anzahl der gespielten Spiele, ich habe Grand Austria Hotel mehr als gar nicht gespielt, ich habe nur zu bestimmten Zeiten nochmal 1, 2, 3 Jahre meine Partien überhaupt nicht gelockt, deswegen fehlen da teilweise auch welche Und hier ist dann gleich so ein Link, wo man es eben kaufen kann, hier jetzt iOS App oder teilweise auch im Amazon Store und wie wir jetzt sehen, Grand Austria Hotel hat bei mir eine 6 bekommen. Fühlen wir uns nochmal vor Augen, was das heißt, wenn man hier auf Rating klickt, dann sieht man halt 6, okay, also das Spiel ist okay, macht Spaß auf jeden Fall, ist auch eine kleine Herausforderung Und ich würde zwar wieder spielen, wenn ich in der Richtung Stimmung bin, ist es aber nichts, was ich zwingend immer wieder rausholen würde. Und das trifft es bei Grand Austria Hotel auf jeden Fall, also es ist ein Spiel, das funktioniert halt so ein Dive-Draft-Spiel, was so ein bisschen ein kleines Problem hat, ich kann halt, ne, es liegen Würfel aus in verschiedenen Bereichen, mit denen ich verschiedene Dinge machen kann Und wenn ich mir so Würfel nehme, kann ich damit halt irgendwas tun. Und ich nehme immer zwei Würfel pro Runde, spiele bis zu viert, das ist ein bisschen Siedler-mäßig. Ich darf mir meinetwegen als Startspieler das erste Würfel aussuchen, dann ist der nächste Spieler dran, der nächste Spieler, der nächste Spieler, der nimmt dann nochmal, dann wieder der Spieler, dann der zweite Spieler, dann wieder ich. Und das kann halt zu einer sehr langen Downtime führen, weswegen ich persönlich das Spiel wahrscheinlich zu zweit bevorzugen würde, ich habe da aber auch nicht so viele Partien von gespielt, habe da auch damals ein Video zu gemacht, da könnt ihr gerne reingucken. Wenn ihr auf so Spiele steht, wo ihr eben so Euro-Games habt, wo ihr mit Würfeln, die hat dann gewürfelt, ne, das ist ja mal so ein bisschen der Unterschied zwischen Euro-Game und Army-Trash, ist ja, beim Army-Trash entscheide ich mich für irgendwas und dann würfel ich und gucke, was da rauskommt. Beim Euro-Game, wenn es mit Würfeln ist, da würfel ich erst, gucke, was ich für Optionen habe und wie ich die dann nutze. Das ist so ein, jetzt nicht die absolute Oberdefinition, aber auf jeden Fall schon mal ein Entscheidungskriterium. Und hier ist es eben auch so, ihr habt strategisch ganz viele Möglichkeiten, was wir mit diesem Hotel machen können. Und müsst ihr mal gucken, die gebenden Würfel, wie nutze ich die, wie baue ich das in meine Strategie ein. Das ist auf jeden Fall schon gut und rund und wenn ihr sowas mögt, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Spiel. Sagt gerade auch, wenn ihr oft zu zweit spielt. Dann, da wird man sich vielleicht sogar ein bisschen wundern, The Resistance Avalon ist von 2012. The Resistance ist noch ein, zwei Jahre älter. Avalon ist dann ja die Variante, die einfach so ein Mittelalter-Thema hat, wo es ja unter anderem noch so einen Merlin gibt. Der halt weiß, wer die Bösen sind und wenn der halt rausgefunden wird, dann ist es ganz schlimm. Es ist eben auch so ein Social-Deduction-Spiel. Resistance ist quasi auch so ein bisschen Battlestar Galactica komprimiert, wobei ich persönlich Battlestar immer noch toller finde. Aber das ist halt das gleiche, also ähnliches Konzept in der kürzenden Zeit. Und die Avalon-Version ist jetzt hier auch, glaube ich, höher im Rating als das andere, das normale Spiel. Es soll auch definitiv besser sein. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das auf den Tisch zu bekommen. Ich habe das hier seit fünf Jahren liegen. Irgendwie haben bei Band immer andere Social-Deduction-Spiele gespielt, wo ich hatte die Regeln nicht drauf, wobei ich die mittlerweile auch gelesen habe. Also wenn man Resistance kennt, ist man da relativ schnell drin. Ist, glaube ich, mit eines der höchst gerankten Social-Deduction-Spiele auf Bord gegen Geek. Halt auch in den Top 100 auf Platz 99. Auf jeden Fall, denke ich, empfehlenswert. Ich hoffe, dass ich das bald ausprobieren kann, wobei halt Wehrwörter durchaus von den grundsätzlichen Mechaniken her, oder von den Rollen, die es so gibt, in eine ähnliche Richtung geht. Und das ist wahrscheinlich noch kurzweiliger, schnell auf den Tisch, muss man mal gucken. Dann Game of Thrones, das Brettspiel in der zweiten Edition. Da habe ich hier vor sieben Jahren im Juni eine 6,5 gegeben. Da habe ich es dann tatsächlich auch einmal gespielt. Und ich weiß nicht mehr genau, das Spiel geht sechs oder acht Runden. Mir wurde immer gesagt, es dauert ewig. Und ich habe dann nach der Hälfte der Zeit, also nach, beziehungsweise nach der Hälfte der Runden, wo gerade mal eine Stunde, anderthalb nach der Regelerkehrung um war, gesagt, okay, und das soll jetzt noch bis 4, 5 Uhr nachts dauern? Das ist doch gerade mal irgendwie zehn. Ja, und dann ging das Spiel halt weiter. Und es ist auch wirklich Game of Thrones-mäßig mit Intrigen. Verstrickung muss genau überlegen, wem vertraue ich jetzt, wem nicht. Man legt immer so Befehle hin, wo man dem auch trauen muss, dass er nicht wirklich, also wirklich kein Überfallbefehle hingelegt hat und sich wirklich auf den da stürzt und nicht mir in den Rücken fällt, während ich meine Flanke geöffnet habe, weil wir das so abgesprochen haben. Und ja, in den letzten Runden dauert es halt ewig lange, bis man so seine Züge geplant hat, bis man sich abgesprochen hat. Also, ne, wenn sechs Runden dauert, die ersten drei gingen super schnell, die anderen drei haben dann insgesamt dreimal so lange gedauert. Und ich habe dann tatsächlich auch mitten in der Nacht um 4 Uhr mit dem letzten Tiebreaker gewonnen. Und hier hat es halt eine 6,5, ein Okay-Spiel, das auf jeden Fall eine Herausforderung bietet, dass ich auch jetzt, wo ich die Serien, Bücher ein paar gelesen habe und die Serien komplett geguckt habe, möchte ich es eigentlich auf jeden Fall spielen. Auch mit der Erweiterung, die es ein bisschen besser, aber auch vielleicht ein bisschen länger machen soll. Und hier ist es tatsächlich so eine 6,5, weil, also eigentlich würde ich es immer spielen, man braucht aber die perfekte Runde dafür. Leute, wo man weiß, die haben Bock auf so ein langes Spiel, die haben Bock auf so ein anspruchsvolles Spiel und die mögen es auch, so dieses Intrigen gegeneinander. Das mag halt auch nicht jeder und das kann man auch nicht zwingen mit jedem spielen. Deswegen hat es kein höheres Rating. Und auch, weil ich es jetzt einmal gespielt habe. Wenn das jetzt ein Spiel wäre, wo ich die perfekte Gruppe habe, dass wir einmal im Monat spielen würden, dann hätte das wahrscheinlich auch ein 8er oder 9er Rating. Das ist eben wieder absolut von der Spielgruppe abhängig. So, dann Istanbul. Das hat eine 5 von mir bekommen. 5 ist average, slightly boring, take it or leave it. Auch da, wenn jetzt einige Leute aufschreien, so, was erzählt er da? Tatsächlich, wenn ihr euch mal meine Rezensionen, die ich damals auf Amazon schriftlich veröffentlicht habe, zu Istanbul durchlest, werdet ihr feststellen, ich fand das Spiel okay, gut. Es fühlt sich für mich irgendwie an, wie so jedes x-beliebige 0815 Worker-Placement oder sogar in dem Fall so ein Worker-Placement-Pick-up-Deliver-Spiel. Das hat jetzt halt für mich nicht so was krass Neues gemacht. Ich habe jetzt neulich die Big Box bekommen, wo noch gleich beide Erweiterungen drin sind, habe es gespielt und ein Kumpel von mir hat das auch ganz viel auf iOS gespielt als App und meinte auch, boah, ist total krass, da kann man total Strategien fahren und die App zieht mich ständig ab und das ist auch so. Das ist auch sicher ein gutes Spiel, aber halt auch nichts, was mich jetzt so flasht, was in dem Fall auch tatsächlich, da ist, glaube ich, die Spielgruppe auch komplett egal. Das ist vom Komplexitätsgrad her, es ist so Kennerspiel, so mittleres Kennerniveau, würde ich sagen und das macht mich einfach nicht an. Also wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey Ben, lass uns Istanbul spielen, ich würde es auf jeden Fall dann meistens mitspielen, würde aber durchaus auch noch Alternativvorschläge machen, zumindest nach der ersten Partie, also das ist jetzt ein absolutes Lieblingsspiel, also ist ein Spiel, das gut ist, Kennerspielpreis auch sicher durchaus zurecht gewonnen, passt ganz gut in diese Kategorie rein, aber da gibt es einfach andere Alternativen, die ich dann eher spielen würde. So, dann scrollen wir mal hoch, Castles of Mad King Ludwig, das habe ich tatsächlich nie gespielt, auch ja in den Top 100, das heißt, gut, ich habe zwischen den Schlössern von König Ludwig gespielt, habe das auch mit einer Freundin gespielt, die auch eher so die Hardcore Eurogamerin ist, die auch Castles of Mad King Ludwig gespielt hat und sie meinte, zwischen zwei Schlössern findet sie schöner, weil das ist irgendwie einfacher, runder, schneller gespielt, trotzdem interessant und das hat irgendwie so einen ganz komischen Wertungsversteigerungs, also irgendwas fand sie da super komisch und das war irgendwie nicht so wirklich rund und deswegen meinte sie, ja, sie fand das andere irgendwie, wo es ein bisschen seichter ist, besser als das, aber auch das hat ja scheinbar viele Fans, werde ich auf jeden Fall irgendwann mal spielen. Ich habe es halt selbst nicht, ich habe es auch noch nirgendwo angefragt, werde ich glaube ich auch nicht, aber irgendwann werde ich mal bei irgendjemandem sein, der es hat, der sagen wird, hey, hier können wir spielen, dauert keine Ahnung eine Stunde oder so und dann kann ich auch diese Lücke schließen. Ihr seht schon, ein Großteil von den Spielen sind natürlich im unteren Bereich, oben habe ich dann fast alles gespielt, aber ja, mal gucken. So, dann haben wir hier Teotihuacan, City of Gods, Juni 2009, von heute, die Wünsche oder was? Auf jeden Fall, das habe ich tatsächlich heute Abend gespielt, ich habe denen damals eine 6,25 gegeben, würde ich auch mal noch sagen. Ich habe ja ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das Spiel gelästert habe, aber ich habe es halt in der Runde gespielt, wo wir einfach keine Sonne gesehen haben, wo wir auch noch zwei von drei Eclipsen aufgehört haben, wo wir gesagt haben, okay, du hast hier eine krasse Engine laufen, 5000 Masken, das können wir nie wieder aufholen, macht keinen Sinn und das war auch die Lernpartie, es war ein bisschen schwierig, ja, haben wir dann auch abgebrochen und ich hatte jetzt auch nicht so Bock, das weiter zu spielen. Heute habe ich es dann mit nicht so Hardcore-Gamern gespielt, war auch relativ schnell drin in der Regel, das hilft dann schon, wenn man es kennt und ich habe dann die Partie auch gewonnen und es war auch durchaus unterhaltsam, der Kakao hat mich wieder hart genervt und das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, also wenn ihr es auch total verzahnt und komplex mögt, ich habe das auch mal gemacht, dass ich auf irgendwie allen Leisten hochgegangen bin und hier und da was hatte und ganz viele Masken und so, das hat schon ganz gut geklappt, kann man sich ja auch besser machen, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wie das so nach 10, 15, 20 Partien ist oder auch schon nach 5 Partien vielleicht, weil, also es ist ja eigentlich ein Rondellspiel, das haben viele gar nicht vor Augen, aber auf so einem Rondell läuft man immer im Kreis mit einer Figur und kann eine Aktion machen, kann normalerweise noch Ressourcen ausgeben, um weiterzugehen und hier ist das Rondell eben das Spielfeld, wo meine Figuren sind, wo ich mich auch immer nur in eine Berichtung bewegen kann und dann gucken muss, dass ich zur richtigen Zeit auf dem richtigen Aktionsfeld bin, kann dann manchmal die Aktionen da ausführen, kann manchmal Kakao da herren, kann manchmal irgendwie noch beten gehen, wo ich irgendwelche extra Plättchen bekomme, also das ist schon ein gutes Spiel und wenn ihr auf Experten Eurogames steht, die richtig toll verzahnt sind und euch sowas wirklich richtig mögt, dann ist Teotihuacan auf jeden Fall eine Empfehlung, kommt auch dieses Jahr die Erweiterung voraus, bei mir ist es jetzt halt ein Spiel, das dann, wo ich gerade gesagt habe, Istanbul ist mir ein bisschen zu wenig, das Teotihuacan zwar schon eigentlich vom Anspruch her richtig, aber das sieht irgendwie komisch aus, das ist sehr statisch, da gibt es halt andere Spiele, die zum Beispiel über Karten gehen, ich mag halt Spiele, die irgendwie Karten drinnen immer, also oftmals mehr, weil die einfach viel mehr Varianz bieten, auch von Partie zu Partie, weil man eben immer wieder unterschiedliche Karten bekommt, da sagen manche, nee, ist doch nicht doof, bei so einem Spiel wie Teotihuacan kann ich schon viel eher planen, habe so feste Strategien, die ich immer so ein bisschen variieren muss, je nachdem, wie der State auf dem Board ist, aber ist auf jeden Fall ein gutes Experten-Spiel, da muss ich nachher auch mal in der App aktualisieren, dass ich jetzt schon zwei Partien immer gespielt habe, dann Champions of Midgard, das habe ich nicht gespielt, das möchte ich eigentlich auf jeden Fall gerne mal spielen, weil ich habe ja Monsterland letztes Jahr gespielt und fand das ja nur so begrenzt gut und ich habe oft zu hören bekommen, das ist ein bisschen wie Champions of Midgard, ohne Erweiterung, die Erweiterung gleich so ein bisschen die Schwächen aus, die es hatte und das fehlt halt so ein bisschen bei Monsterlands. Muss ich mal gucken, auch das Spiel ist hoch gerankt, das heißt, es hat viele Fans, nach der Erfahrung mit Monsterlands gehe ich davon aus, dass mich das überhaupt nicht anmachen wird, aber ausprobieren. Dann, Herr der Ringe, der Ringkrieg von 2004, da habe ich auch tatsächlich die Erstauflage damals besessen und das oft gespielt. Also auch damals habe ich das noch nicht gelockt, das war weit vor meiner Zeit auf Bord, glaube ich sogar und habe das auch mit Freunden, auch mit meiner Freundin damals sogar gespielt und habe das also wirklich gesuchtet. Ist halt Herr der Ringe, wenn man jetzt sagt, Herr der Ringe Risiko, wird das nämlich ganz korrekt, weil das zu Risiko ist im Prinzip Risiko als so Spiel mit Weltkarte mit einer Seite Regeln, Herr der Ringe mit 20 Seiten Regeln. Also schon deutlich komplexer. Es gibt halt so einmal diese Karte, wo der böse Sauron-Spieler halt hoffnungslos überlegen ist und der halt so ein paar Militär, also relativ viele Stützpunkte übernehmen muss und dann hat er gewonnen und die Allianz der Freien Völker quasi ist total unterlegen. Die muss irgendwie nur drei Festungen oder so ausobern, was eigentlich nicht viel ist, aber das ist fast unmöglich. Man kann es aber schaffen, weil es eben noch die zweite Ebene gibt, wo man halt die Gemeinschaft über den Spielplan bewegen muss und der Böse eben auch immer nicht weiß, wo der gerade ist und man muss immer, man hat so Würfel, die man würfelt, mit denen man die Aktionen machen kann und da muss man halt immer aufteilen, wie viele Würfel benutze ich für die Ringjagd oder auch die Gemeinschaft und wie viele Würfel benutze ich militärisch und auch da muss der Böse natürlich aufpassen. Wie sehr suche ich nach einem Ring? Vernachlässige ich dafür das Militärische oder gehe ich voll aufs Militärische, riskiere dann aber, dass die Leute einfach den Ring in den Schicksalsberg werfen? Das ist super gut verzahnt und auch obwohl es eine Würfelmechanik hat, fand ich das gut. Die Karten sind auch, also es hat eben auch Karten, verschiedene Aktionskarten, die man machen kann. Man kann auch, wie im Film, die Gemeinschaft hat am Anfang irgendwie neue Mitglieder und ich glaube, das ist auch neu und während des Spiels kann man dann immer wieder Leute rauslösen, die dann zu Anführern werden, die bestimmte Fähigkeiten haben. Dadurch wird die Gemeinschaft natürlich ein bisschen schwächer, aber man kann halt militärisch ein bisschen länger Stand halten und auch als guter Spieler muss man halt, wenn man alles komplett auf den Ring macht, dann hat man sofort eine Niederlage und auch das ist, es gibt Politik, das heißt manche Völker sind am Anfang noch nicht im Krieg, so Rohan, das dauert ein bisschen, bis die im Krieg sind und auch die Elfen so ein bisschen, die muss man halt erst irgendwie vorbewegen oder wenn der Sauron irgendwo einmarschiert, dann steigt auch da die Kriegsbereitschaft und das hat auch eine Belagerung und Ausfallregeln und so, ist also schon eher ein bisschen komplizierter, nicht ganz so elegant. Man spielt am Anfang drei, vier, fünf Stunden locker. Das geht dann runter, je besser man es kennt. Ich habe auch noch eine Version da, wo ich leider nur die Figuren grundiert habe, aber ja, das hat dementsprechend eben auch nur eine Sechs, ein gutes Spiel. Eigentlich müsste ich es, also vom Spielreiz her betrachtet, mittlerweile runterraten, weil ich es eigentlich eher so auf eine 4,5, ich muss noch Punkte machen, im Englischen machen würde, einfach aus, es ist eigentlich ein gutes Spiel, aber wie gesagt, für mich ist das hier eher eine Spielreizwertung und da muss ich halt sagen, es hat viele Regeln, viele Ausnahmeregeln, viele Sonderregeln, geht da wirklich eher Richtung Wargame und das passt nicht so ganz in meinen Spielerhythmus. deswegen ist es für mich eher, aber 4 heißt halt nicht so gut. Also ja, das ist immer so ein bisschen die Sache bei diesem Rating, wonach geht man, was bewertet man da? Also ich werde es mal beinahe 6 belassen, auch da hätte ich jemanden, mit dem ich das Spiel wirklich oft spielen könnte, würde es wahrscheinlich höher gehen vom Rating her, aber ich hätte da glaube ich gar nicht so Lust drauf. Es ist ein gutes Spiel, ich habe es damals gespielt, ich glaube, ich werde aber in meinem Leben nie wieder eine Partie der Ringkrieg spielen, weswegen es eigentlich sogar eine 2 sein müsste, nur vom Spielreizbetracht her, wenn man immer so einen hinteren Teil nimmt, was da steht, aber nee, das wird dann auch nicht passen, dem Ganzen nicht gerecht werden, ihr merkt, solche Ratings sind immer relativ schwierig. Das nächste ist Legendary's Encounter, an Alien, oder Encounters, ein Alien Deckbuilding Game. Ein Deckbauspiel, wo man halt die Alienfilme nachspielt. Ich mag ja Deckbauspiele an sich, das war gut, da habe ich 3, 4, 5 Partien ungefähr gespielt, auch durchaus ein paar Solo, das war im Mai 2016, das ist auch schon gute 3 Jahre her, und da eine 6,5 ist eben auch wieder, na, okay, würde ich halt spielen, wenn ich hier richtig in Stimmung bin, und halt ein gutes Spiel, das ich normalerweise mitspielen würde, passt auch. Das ist jetzt nicht herausragend, das ist schön, wenn man so stimmungsvoll die Filme durchspielt, dieses Legendary Encounters gibt es ja auch mit Marvel und Batman und irgendwie ganz vielen anderen Sachen, ist ein Spiel, das man auf jeden Fall spielen kann, wenn er das Thema abholt, wenn man mal ein tolles Spiel mit Alien Filmthema haben möchte und ihr Deckbauspiele mögt, guckt euch das an, das macht auf jeden Fall Spaß, da kann man ein paar Partien mit verbringen, gibt halt keine deutsche Version, aber das ist eben so. Ich weiß nicht, warum der hier mal den Rahmen macht, das kommt wahrscheinlich, weil ich das so groß gemacht habe, ich mache das mal ein bisschen kleiner, vielleicht wird es dann besser. Dann das nächste Star Realms, das ist tatsächlich eine 10, ein kleines, kurzweiliges Spiel, kostet keine 15 Euro, ist auch so ein Deckbauspiel mit der Essential Mechanik, sprich, wir haben nicht wie bei Dominion eine Kartenstapel, von dem wir Karten kaufen, sondern wir haben so eine Kartenreihe, wo immer man Karten kaufen kann, da werden einfach zufällig neue Karten aufgedeckt und diese Karten haben hoffentlich Synergien, bestimmt also Karten gleicher Farbe, können sich gegenseitig triggern, man versucht irgendwie immer Schaden zu machen auf den Mitspieler, der hat halt irgendwie 50 Lebenspunkte, wenn ich die runtergeballert habe, hat er verloren, man kann auch so Stationen ausspielen, die permanent liegen bleiben, die mich entweder schützen, die man komplett kaputt machen muss oder die man nicht kaputt machen kann, aber die bringen mir jede Runde einen Vorteil, dann möchte man die vielleicht kaputt machen, damit ich diesen Vorteil nicht habe und da dauert eine Partie 15, 20 Minuten in der Regel und das, wie gesagt, da kann man in einer Stunde 4, 5 Partien spielen, sagen wir mal 3 bis 4 in der Regel, preisleistungsmäßig einfach der absolute Oberknaller, gibt auch schon zig Erweiterungen dafür, gibt auch Hero Reims, das ist gleich im Fantasy-Setting ist, wo man auch unterschiedliche Startbedingungen hat, also eine 10, vor drei Jahren, eindeutig mit einer 10 bewertet, da habe ich auch echt viel gespielt, da würde ich tatsächlich runtergehen und zwar auf eine 9, weil ich finde es jetzt nicht wirklich so krass herauszuhalten, dass sagen würde, wow, das macht irgendwas komplett neu, aber es ist schon exzellent, ich würde immer eine Partie mitspielen, also wenn da jemand sagt, Star Runs, sage ich klar, sofort, wenn es so passt, ob wir zu zweit sind, mit mehr Leuten sollte man es nicht zwingend spielen, das ist wirklich richtig, richtig gut und Preis- und Leistungsmäßig auf jeden Fall ein Knaller. Dann Architekten des Westfrankenreiches, ich weiß nicht, was da mit der Bewertung los ist, auch da eine 6,7,5, scheinbar eine Standardnote bei mir, kann man sich, glaube ich, es gibt da auch ganz viele Tools, so wie man sich sein Rating noch analysieren lassen kann, auch da wieder ein Spiel, das ich mitspielen würde, muss ich aber nicht, würde es auch meistens mitspielen, ja, da gibt ganz viele Fans davon, auch gerade das Artwork ist halt wirklich toll, bei der Nordsee mögen viele Leute, also für mich ist das eben auch mit der 6,7,5 ein gutes Spiel, das man absolut spielen kann, empfehlen kann, das aber bei mir, also von mir aus werde ich es nicht auf den Tisch bringen, weil da habe ich einfach andere Spiele, die ich dann eher in der Zeit spielen würde, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, warum will ich die Tekken spielen, würde ich es nicht mehr mitspielen, gefühlt ist es auch immer zu schnell vorbei, wir haben schon wirklich über Hausregen, dass man vielleicht einfach einen Durchgang länger spielt, aber vielleicht macht das auch gerade den Reiz aus, dann das nächste ist Yokohama, das hat nur eine 7,5 im Mai 2018 bekommen, das muss tatsächlich hochgehen, weil das ist falsch, gutes Spiel, das ich immer mitspielen würde, eigentlich ist das sogar ein Spiel, das ich auch vorschlagen würde, womit es ein 8 ist, und es ist so auf der Grenze zwischen 8 und 9, ich setze es mal hoch auf 8,5, das finde ich wirklich richtig gut, eigentlich, ich mache da mal einen 9 draus, weil es ist für mich wirklich mit eines der besten Spiele meiner Spielesammlung, im Euro-Bereich, ich weiß, wenn man hinten auf die Schachtel drauf guckt, denkt man, das kommt direkt aus der Euro-Hölle, ist der große Bruder von Istanbul, Istanbul ist ja auch dieses Pick-up-and-Deliver, wo ich auch mit meinen, ich muss im Prinzip meine Ressourcen holen, die irgendwie eintauschen, ist hier auch so, kann man so nennen, muss man aber nicht zwingen, hat auch so diese Grundmechanik, dass ich meine Gehilfen irgendwo verteile, die dann wieder einsammelt, die Aktion mache, macht das noch ein bisschen anders, hat auch so einen Wettlauf-Charakter drin, finde ich einfach besser, runder, toller, ist halt schon komplexer, anspruchsvoller, das heißt, wenn ihr jetzt sagt, nee, auf 20 Seiten Regeln und irgendwie eine Stunde Regel lesen, dann habe ich keinen Bock, holt euch Istanbul, das ist auch ein schönes, gutes, solides Spiel, das vielen Leuten Spaß machen wird, wenn euch das gefällt, und ihr sagt, hey, ich möchte gerne einen Step mehr, ich möchte das noch anspruchsvoller, noch knackiger, noch interessanter, dann guckt euch Yokohama an. So, dann die Alchemisten, im Januar 2016, das letzte Mal geratet, ich habe das auch häufiger als viermal gespielt, das stimmt auch nicht so ganz, eines der ersten Spiele mit App-Unterstützung, und auch da ist die App wirklich nur so ein Sidekick, der quasi das Bookkeeping übernimmt. Es gibt so bestimmte Zutaten, die man rausfinden muss, indem man bestimmte Sachen in den Kessel schmeißt, und dann das so ein bisschen dekodieren muss, das ist so ein Deduktionsspiel im Prinzip, und dabei nimmt die App nur die Rolle des Buchmachers, man schmeißt halt seine Zutaten in den Kessel, scannt die mit der App, die sagt dann dann was richtig und was falsch ist, das muss man dann kombinieren, und am Ende, dass wir die Zutaten raus haben, um irgendwelche bestimmten Sachen brauen zu können. Im Grunde seines Herzens ein Worker-Placement-Spiel, mit auch einem sehr witzigen Humor, man kann irgendwie seinen Gehilfen hier sagen, hier, schluck mal einen Trank, dann machen die das vom ersten Mal, glaube ich, umsonst, dann wollen sie noch ein Geld dafür, wenn man das nicht hat, ist doof, dann kann man die Tränke auch selber trinken, wenn die nicht mehr wollen, und man sich das nicht leisten kann, aber dann ist auch immer, je nachdem wie das ausgeht, kann das gut für einen sein, oder schlecht für einen sein, das ist nochmal sehr spannend, wenn man sagt, okay, ich wähle dieses Fältig, trinke das jetzt selbst, das sind meine Zutaten, ich scanne die mal, mal gucken, was passiert, man hofft dann, dass man nicht vergiftet wird, oder irgendeinen anderen komischen Effekt hat, und das ist also wirklich echt ganz gut gemacht, auch nach wie vor ein gutes Spiel, diesen Direktionskram habe ich in der ersten Partie überhaupt nicht verstanden, dann wurde es aber immer besser, und ja, das ist eine 7, müsste ich wahrscheinlich auch, ein gutes Spiel würde ich immer mitspielen, ja, eher nicht, also auch jetzt nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, wow, ich, tatsächlich Spielreiz ist da bei mir eher eine 6, dann Stone Age, phew, das habe ich im Juli 2011 bewertet, ich habe es jetzt neulich nochmal gespielt, und das war damals gut, ich habe es auch, glaube ich, in der Liste drin, von Spielen, mit denen man eine Spielgesammlung anfangen sollte, einfach aus der Erinnerung raus, dass es damals echt gut war, dass ich ihm auch gewünscht hätte, dass es den Spiel des Jahrespreis gewinnt, dass es echt ein schönes, rundes Worker-Pracer-Spiel war, ist es auch, gibt es meiner Meinung nach, aber bisher Besseres, also das, auch nach der, also ich will es nochmal spielen, wir haben, glaube ich, haben jetzt mal einen kleinen Regelfehler drin, der aber nicht so super entscheidend war, eine 6, aktuell tatsächlich eher eine 5, aber da wird auf jeden Fall noch eine Partie gespielt, und dann gibt es auch noch ein richtiges Video zu, aber habe mich jetzt nicht so überzeugt, war damals echt gut, mittlerweile sind über 10 Jahre, 11 Jahre vergangen, da gibt es halt Besseres, E-Unds End, ein super geiles Deckbauspiel, Fantasy Deckbau, wir spielen Zauberer, absolut kooperativ, habe ich jetzt auch die Legacy-Variante von gespielt, ne 9, exzellentes Spiel, das ich eigentlich immer mitspielen würde, einziger Haken ist ein bisschen der Aufbau, dauert, da hat die Legacy-Version tatsächlich einen Vorteil, aber die, da lebt man einfach alles hin, aus der letzten Partie, und kann einfach los spielen, das ist ein bisschen der Haken dabei, aber ansonsten ein richtig gutes Spiel, kann ich nur absolut empfehlen, ich weiß gar nicht, ob es in meiner eigenen Top 100, die auf jeden Fall weitergehen wird, schon drin war, aber wenn nicht, wird es kommen, und wenn doch, wisst ihr schon, ich finde es richtig gut, und wenn es dann nur irgendwo auf den tieferen Plätzen war, die mag ich halt alle, die spielen in dieser Liste. Dann, Descent, die Reise ins Dunkel, zweite Edition, ja, im Februar 2018 habe ich ihm eine 6 gegeben, auch da wieder, vom Spielreiz her, dieses ein Dungeon Master, also das ist so quasi die Mutter aller Dungeon Crawler, ich habe ja mittlerweile auch richtige Rollenspiele gespielt, deswegen weiß ich auch, warum ich so diese Brettspiel-Rollenspiel-Varianten nicht so, die catchen mich selten, tatsächlich ist ein richtiges Rollenspiel, der viel besser, man kann sich sowas holen, und damit ein richtiges Rollenspiel spielen, weil man die Figuren dafür ganz gut gebrauchen kann, aber auch dieses Konzept hier, so einer gegen viele, und dann auch, wenn man zum Vollbesetzungen spielt, dann dauert es halt irgendwie ewig, bis ich wieder dran bin, irgendwas machen kann, und ja, also das finde ich glaube ich tatsächlich mit der App besser, da kann man es eben auch zu zweit spielen, also geht es so auch, das ist halt einer der Overlord, der andere der Gute, das ist ein bisschen lahm, mit der App kann man halt so das voll kooperativ spielen, da finde ich es wahrscheinlich besser, aber da habe ich jetzt auch nicht irgendwie ein Gefühl, der sagen würde, wow, ich bin total Dissent-Fan, und obwohl ja so diese thematischen Spiele eigentlich genau mein Ding sind, Dungeon Crawler holen mich echt selten ab, da habe ich auch gar keine Lust, mich weiter in die Kampagne zu, also eine 6 ist glaube ich ganz gut, wobei, ich würde es einfach aktuell, glaube ich, nur unter Schmerzen spielen, und mich eigentlich eher davor winden, eine Partie zu spielen, weil ich da einfach anderes habe, was ich lieber spielen würde, daher, Fans der Michael Steining, mache ich es vielleicht mal auf eine 5,5 runter, wobei es halt ein gutes Spiel ist, aber auch gerade im Dungeon Crawler-Bereich, es gibt mittlerweile besseres, und auch wenn man so Rollenspiel-Erfahrungen in Brettspielform haben will, da gibt es halt Spiele mit ganz anderen Ansätzen, die das meiner Meinung nach runter machen, Räuber der Nordsee hat auch eine 6,75 bekommen, ich weiß, viele Leute lieben es, viele Leute finden es gut, ich fand es okay, ich glaube tatsächlich, eine 5,75 ist für mich da ein bisschen realistischer, muss doch mal ein bisschen anpassen, und ihr seht auch, ich bin halt niemand, der nur 10, 9 und 8 gibt, und der auch wirklich gute Spiele ein bisschen differenzierter betrachtet, das ist jetzt absolut diskutabel, also es wird da viele Leute geben, die sagen, wow, wie kannst du dem Spiel, das der Durchschnitt mit 7,28 bewertet hat, so eine schlechte, in Anführungszeichen, Note geben, wie man hier diese Noten verteilt, ist immer absolut individuell, das muss man vor keinem rechtfertigen, da kann jeder eintragen, was er will, und man kann auch nur 7, 8, 9, 10 verteilen, weil man sagt, ich finde es toll, wenn sich Leute da Mühe gegeben haben, wenn da Leute Zeit in Arbeit reingesteckt haben, schlechter als ein 7 gebe ich nicht, das ist für mich schon das unterste, und ein 10 sind halt meine absoluten Lieblingsspiele, die 9 sind die herausragenden Spiele, die 8 sind die guten Spiele, und die 7 sind die nicht ganz so guten Spiele, kann man machen, man kann halt die Materialqualität da bewerten, das kann völlig jeder so gestalten, wie er möchte, und ich bin dann eben auch jemand, der seine Bewertung relativ oft anpasst, also es kann sein, dass ich Sachen, die ich hier gerade hoch, also runtergerankt habe, nach ein, zwei Partien, wo ich feststelle, wow, ist doch viel toller, als ich das Erinnerung hatte, wieder hochranke, das ist jetzt hier nichts, wie ihr auch gerade seht, was in die Ewigkeit gemeißelt ist. Forbidden Stars ist ja quasi der StarCraft Nachfolger, weil Fantasy Flight die Lizenz von StarCraft verloren hat, dann hat es halt Forbidden Stars gemacht, was so ähnliche Spielprinzip haben sollte, auch so ein Befehlen legen und so gegeneinander, aber dann ist die Zusammenarbeit mit Games Workshop beendet worden, und jetzt ist auch da die Lizenz weg, das gibt es glaube ich auch mittlerweile nicht mehr. Ja, fand ich ganz gut, das Kampfsystem war interessant, so ein bisschen Deckbau mit Würfeln und so, also da eine 6, das würde ich auf jeden Fall nochmal wieder mitspielen, habe ich jetzt aber auch nicht so hart gecatcht, also eigentlich auch was, man muss ja immer ehrlich zu sich selbst sein, ich rate es nochmal ein bisschen ab, weil eine 6 nicht, also schlimm wird es auch immer, wenn man die Spiele dann in Relation setzt, wenn man sagt, das und das, warum dem einen so gut und dem anderen so schlecht, wobei die doch irgendwie Ähnliches machen, wobei das eine doch irgendwie klar besser ist, das andere, aber vielleicht ist es ein ganz anderes Genre, vielleicht ist der Spielreiz von mir da deutlich höher. Naja, Agricola, eine 8,5, hat es meiner Meinung nach absolut verdient, mein allererst, mein zweites Uwe Rosenbergspiel, nach Bonanza damals, ich fand es richtig gut, habe hier auch keine Partie gelockt, das war noch so ganz am Anfang, wo ich das nicht gelockt habe, ich habe da locker 20, 30, 35 Partien gespielt, die meisten zu zweit, ein gutes Spiel, das ich mitspielen würde, das ich sogar vorschlagen würde, das passt absolut, ich habe das tatsächlich eine Zeit lang als Gateway-Spiel benutzt, wenn ich Leute hier hatte, die noch nicht so oft in meinen Spielrunden dabei waren, wo ich aber wusste, okay, die haben was auf dem Kasten, die haben Bock zu spielen, die mögen auf strategisches Denken, komm, Agricola, wir bauen Bauernhof auf, hier setzt ihr eure Arbeiter rein, ihr müsst irgendwie da hier Heu bekommen, da müsst ihr irgendwie Schweine, müsst ihr Platz dafür haben, vermehren, ihr braucht mehr Leute, die müsst ihr auch alle füttern, ihr könnt euer Haus umbauen, ihr könnt hier irgendwie Sachen schlachten und hier braucht ihr immer Nahrung und ja, waren manche Leute, überfordert war keiner mit, manche meinten, wow, das war irgendwie total krass, aber ehrlich gesagt, auf jeden Fall, Scheibe in der Südorf spielt, da habe ich Bock drauf, das normal zu spielen. Ich habe es tatsächlich leider gerade nicht mehr, ich habe mir viele andere Uwe Rosenberg-Spiele wiedergeholt, ich habe halt Caverna, das macht eh nichts, deswegen weiß ich nicht, ob ich ein Agricola selber brauche, da ich auch jemand bin, der kein Spiele-Sammler ist, der einfach eine Spiele-Sammlung habe mit Spielen, die er auch gespielt haben will, ich habe halt andere Uwe Rosenberg-Spiele, die ich dann auch spielen würde, da könnte ein Agricola gut reinpassen, ich würde es da doch immer spielen, auch selber vorschlagen, auch gerne häufiger noch mal so einen Bauernhof bauen, aber ich brauche es jetzt halt nicht, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich nicht wiederholen. Und dann das letzte Spiel für dieses Video, ja, Pandemic, Iberia, das habe ich leider noch nicht gespielt, das soll ganz interessant sein, weil auch irgendwie ein bisschen abwechslungsreich, Pandemie-Spiele, also die Legacy-Version finde ich ja absolut großartig, auch wenn ich Pandemie an sich jetzt so auch spielmechanisch ja nicht mehr so interessant finde, aber damals, als es rausgekommen ist, locker 40 Partien gespielt, bevor ich es wieder verkauft habe, die ganzen Erweiterungen habe ich nicht ausprobiert, nur die anderen Varianten davon, und das war auch so das Spiel, das mit diesem Koop-Boom ausgelöst hat. Erst gab es so das Herr der Ringe von Knizia, ich glaube 2001 oder so, dann lange Zeit nichts, dann kam 2.6 oder 2.7 Schatten über Camelot raus, ich meine, mein Obstgarten, so gab es auch schon vorher, und dann Pandemic und damit ging es im Prinzip los. Es gab sicher auch ein paar andere Koop-Spiele zwischendurch, aber das waren so die drei Sachen, die man auch immer wieder, die da in der Historie immer wieder auftauchen, die wirklich so einen Boom ausgelöst haben, und Pandemic hat wirklich gezeigt, hey, Koop-Spiele kommen richtig gut an, und das Genre ist ja auch explodiert, man kann mittlerweile komplexe, große, vielfältige Spiele-Sammlungen haben, mit Spielen aus ganz vielen verschiedenen Genres, Party, Kenner, Kinder, was auch immer, nur aus kooperativen Spielen besteht. Möchte ich irgendwann auch mal spielen, weil es kommen ja immer wieder neue Pandemie-Varianten raus, und ich möchte die auch gerne dann alle in Relation setzen können, wobei tatsächlich, wenn man dann so ein Spiel irgendwie zwei, dreimal spielt, und das drei, vier Jahre her ist, also mein Gedächtnis ist ja leider so schlecht, dass ich dann nur noch so grob weiß, wie ich es fand, und mich selten, also ich musste dann vielleicht mal mein Video gucken, und meine Rezensionen, damit ich wirklich mal sagen kann, ah, das war so, und das war so, aber es hilft halt, wenn man die alle mal kennt, so ich meine jetzt, Untergang Roms, weiß ich einfach hier, mit den Armeen, den Konsum, und dem Würfeln, was immer sehr pro Römer ist, und mit diesen Völkerwanderungswegen, die man gehen kann, ist schon ganz interessant, ein historischer Ansatz, das kann ich dann schon mal ganz gut in Kontext setzen, und das waren jetzt die Plätze 81 bis 100 aus der Top 100, im nächsten Video gucken wir uns dann die nächsten Plätze an, also 80 bis 61, und dann in den nächsten Videos, ja, die oberen Ränge, wie gesagt, könnt mir ja gerne mal ein Feedback geben, ob ihr jetzt sagt, das war total doof, lasst den Rest, macht lieber andere Videos, oder ob ihr es vielleicht ganz interessant wart, zum einen, was ich kurz in den Spielen erzählt habe, wie ich so mein Ranking auch immer begründet habe, und wie gesagt, diskutiert gerne, wenn ihr irgendwo irgendwas komplett anders seht, aber wie gesagt, man kann darüber diskutieren, es muss sich keiner rechtfertigen, das ist eine Sache, da hat keiner recht, da liegt keiner falsch, wenn man ein Spiel total doof findet, wenn das eine eigene Gruppe nicht ankam, dann ist das halt so, ich kenne tatsächlich jemanden persönlich, der Terraforming Mars eine 2 gegeben hat, mit der Begründung, die Downtime ist so hoch, ja, hinten raus dauern die Runden ein bisschen lange, aber, ist halt so, wenn es halt nicht ankommt, wenn jemand so ein total geniales Spiel doof findet, ist das so, werdet ihr hier sicher auch finden, dass ich irgendein Spiel eine 2 oder eine 3 gebe, wo ihr sagt, das ist mein heiliger Graal, das darf mir noch keiner persönlich nehmen, das ist auch nicht gegen euch gerichtet, nicht gegen Autor, das ist einfach nur so mein persönlicher Spielreiz, in einer relativ großen Spielesammlung, selbst da gibt es mittlerweile so viele gute herausragende Spiele, da muss man schon hart filtern, und selbst manchmal taucht da ein Spiel auf, wo ihr sagt, dem Frott gibt der so eine Note, warum? Es kam dann einfach supergut meinen Runden an, es hat irgendwas, was mich persönlich wieder abgeholt hat, das Thema, die Art des Spielsammlung, weiß es nicht, das ist eben immer subjektiv vieles, sehr, 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 vieles hängt von der Spielerunde ab, Terraforming Master, wir haben ja auch nie so abgegangen, mit 130 Partien mittlerweile, fast, wenn es nicht irgendwie 2000 in der Gruppe total toll gefunden hätten, hätte ich wahrscheinlich auch noch 5 Partien gespielt, so kann das bei irgendwelchen anderen Spielen auch sein, kann morgen hier auf den Tisch kommen, und die Leute sagen, boah geil, nochmal, 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 und dann steigt das halt im Rating. So, jetzt sage ich dann aber tatsächlich, vielen Dank fürs Zugucken, ich hoffe, ihr hattet Spaß, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lasst mir, wie gesagt, ganz viele Kommentare und Anmerkungen da, und das war's von mir, ich sage bis bald, schaut zum nächsten Teil wieder rein, bis bald, und Tschüss. Bis bald, Bis bald,